Die Stadt Limburg und ihre Tauben. Dazu gibt es was Neues. Limburg will zumindest zum Teil darauf verzichten, Innenstadttauben zu töten. Die neue Idee, 200 Tiere sollen umziehen in ein Taubenhaus in Bayern. Ein Angebot der Tierschutzgemeinschaft Gut Eiderbichl in Deckendorf werde man gerne annehmen, hat dazu Limburgs Bürgermeister Hahn gesagt. Jetzt sucht die Stadt freiwillige Taubenfänger, um rund 200 von insgesamt etwa 700 Tauben nach Bayern bringen zu können. Nach einem Bürgerentscheid sollten die Tiere eigentlich per Genickbruch getötet werden.